Meine Aufgabe ist es hauptsächlich, das Auto zu fahren. Ich bin relativ neu in dieser Arbeit. Im Roten Kreuz ist der Krankenwagen oder der Rettungswagen ja unser Arbeitsplatz. Wir haben hier alles dabei, was wir draußen brauchen und verwenden können für die Versorgung der Patienten. Den Transit finde ich in dem Fall gut geeignet, weil er sozusagen kompakt ist. Man hat alles dabei, was man braucht. Bei uns hier in Bayern gibt es ja auch viele Wälder oder auch Berge, wo wir eben manchmal hoch müssen. Das ist nicht so einfach teilweise, weil man ja auch viel Platz braucht, gerade auf engen Waldwegen zum Beispiel. Am Anfang muss man sich sehr daran gewöhnen, weil natürlich das Auto sehr groß ist und man muss sich daran gewöhnen, wie viel Platz habe ich irgendwo durchzufahren. Aber man gewöhnt sich daran und mittlerweile fahre ich wirklich sehr gern mit dem Auto. Transit ist natürlich auch ein Teil des Teams. Ohne das könnten wir unsere Arbeit nicht machen. Ich bin ein Teil des Team. Ich bin ein Teil der pineen. Ich bin ein Teil des Team. Da bin ich ein Teil der dünnste Musik. Für uns darauf an den Blick auf die Bildung des Teams.